Hallo, ich bin's, euer Alex. Ja, ich hab' schon gesagt, es wird ein GIF vorher ab 100 Abonnenten geben und ja, das kommt jetzt. Also, zum Gewinnen gibt's, wie ich schon gesagt habe, die Adobe Artifacts Grundlagen, 7.0 Version und die Video2Grain Adobe Photoshop Grundlagen, gleich als MacOS X oder als Windows Datei, wenn wir mal raufgehen. Da, so, hier ist er. Da, da. Und bei After Effects kann ich's euch gerade nicht zeigen, weil ich's gerade mal als ISO-Datei habe, aber ich kann's noch umwandeln. Ja, die Bedingungen sind, also, ihr müsst GVT abonniert haben, also German Video Tutorials oder GER Video Tutorials. Abonnieren. Hier müsst ein Kommentar mit Video2Grain Photoshop After Effects gemacht haben, also genau so hier, wie ich's da geschrieben habe. Und dann, Leerzeichen, Bindestrich und dann euer Kommentar. Dann müsst ihr noch das Video favorisieren. Okay, ich glaub, ich schreib's jetzt falsch. Egal. Und ihr müsst das Video... Ne, jetzt lasse ich mal weg. Ja, wie gesagt. German Video Tutorials abonnieren. Ein Kommentar mit Video2Grain Photoshop, ähm, Komma, After Effects, Leerzeichen, Bindestrich, euer Kommentar. Also, zum Beispiel, Juhu, das Givere ist das Beste oder so. Und dann müsst ihr noch dieses Video, ähm, favorisieren. Also, einfach... Kann ich euch noch kurz noch zeigen. Geh ich jetzt mal hier auf die Video löschen. Ja. Dann müsst ihr nur hier unten klicken auf Favorit. So. Dieses Video wurde in deinen Favoriten hinzugefügt, ja. Das heißt, es müsste jetzt bei mir... Genau, da ist es. Ja, da ist es. Ja, und das war's eigentlich schon von meinem Giveaway. Das sind die Bedingungen und... Ja, dieses Giveaway würde ich, denke ich mal, heute ist Sonntag. Also, genau in einer Woche wird's beendet. Das heißt, am... Hm, genau am 29. wird's beendet. Das heißt, heute in einer Woche am Sonntag. Ja, viel Spaß bei diesem Giveaway. Sagt's einfach allen weiter. Und tschüss, bis bald und ich bin weg mit F10.